Die Stücke von der Deutschen Bahn, die haben schon eine besondere Bedeutung, weil ich ja vor 25 Jahren, auch jetzt bin ich auf einem Bahngelände, aber da war ich auf einem sehr intensiven und habe mich da auch entwickeln können. Und quasi habe ich ja mit diesen Fundstücken der Bahn, mit alten Waggons, die ich auseinandergebrannt habe, mich in der Größe auch entwickeln können. Und da habe ich auch viele mit hier hingenommen. Es sind gebogene Schienen hier, es sind Achsen da. Diese Sachen sind ja immer noch da, diese Fundstücke. Und es ist schon so mit eine Basis von meinem ganzen Schaffen in der Richtung, die natürlich auch immer wieder eine Rolle spielen werden. Und die ich jetzt nicht extra sammle, aber die sind ja da und die kommen natürlich auch mit rein.